So, Chat, wir machen jetzt folgendes. Also, ich hab mir hier folgendes ausgedacht. Ja, ich hab auf Twitter geschrieben. Ich hab auf Twitter geschrieben, ey, schickt mal ein Bild von euch rein und ich errate euer Alter. Ihr dürft jetzt mitspielen, Chat. Ihr dürft das Alter mit erraten. Und wenn ihr das Alter mit erraten habt, dann habt ihr das Alter mit erraten. Na klar. Also, ich bin mal gespannt. Es sind 20 Personen, dessen Alter jetzt hier erraten wird. Und ich würde sagen, wir fangen an mit der ersten Person. Es gibt kein besseres als das hier von mir. Also, wir gehen natürlich erstmal hin und schauen uns an, was hat dieser Junge, was sein Alter eventuell liegen könnte. Er hat leichte Bartbehaarung hier. Einen Mittelscheitel. Im Hintergrund sind verschiedenste Klamotten. Der Farbe nach sortiert. Hier ist ein Schallschutz-Mattenwand-Ding. Ich würde sagen, diese Person ist stabile. Ab 15 Jahre alt. Let's go. Ich liege hundertprozentig richtig. 18 Jahre alt. Perfekt. Ben is it real. Macht ihr nichts draus, Digga. Die drei Jahre halten dir später auf jeden Fall die Weiber warm. Ach du Scheiße, wer ist das denn? Romeox. Ähm... Irgendwas zwischen 12 und 46, Digga. Ich sag... 20, Digga. 20 sag ich. No joke. Ja, 21 sag ich sogar. Ich sag 21. Der Bart und sowas. 22, okay beim Bild. 21. Oh, ho, ho. Digga, ich bin gut. Ich bin gut. Oh, Marius. Wie alt bist du? Der süßeste Streamer auf ganz Twitch. Holy shit. Der süßeste Streamer auf ganz Twitch. Face 10 von 10. Personality 10 von 10. Buddy 12 von 10. Alter. 19 von 10. Ich weiß es nicht. Ich hab keine Ahnung, wie alt ist der? Chats, was sagt ihr? 19, 19, 19. Gehen wir mit 19? Wir gehen mit 19. Ich bin der Loser und 20. Bro. Du bist kein Loser. Du bist nur 20. Stark, 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 stark. Ich bin gut. Bis jetzt immer nur ein Jahr. Abgeweichung. Okay, weiter geht's. Das ist schwer. Aus dem Winkel ist es sehr schwer. Das ist sehr, 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 sehr schwer, Chat. Der hat hier vorne zwei so Löcher von Softair-Kugel, wo einer draufgeschossen hat. Bart. Ich sag 17. Ich sag wirklich 17, Chat. Ich sag 17. Ich bin 20. Äh, gut. Kann man nicht wissen, nicht wahr? Ui, Memo, guck mal. Boah, die ist geil, Digga. Die gefällt uns doch. Ui, schaut mal, Chat, wie alt ist die Frau denn? Lasst uns raten. Wir sagen 19 ist die Frau alt. Ich würd sagen 19, oder? Sagen wir 19, Chat? 20 und rein da. Ich sag 20. Bin 22, glaub ich. Ich finde sie sehr cool und hübsch, Tobi. Tobi? Äh, Bro. Bro. Ja, alles klar. Digga, was ist das für ein Bild? Was ist das für ein Bild, Bro? Was ist das für ein Bild? Digga, ist der im Gefängnis, Alter? Okay, ähm, stabile Betonglatze auf jeden Fall. Sitzt in dem Auto. Ab wann darf man Auto fahren? Also, ab wann darf man in ein Auto einsteigen? Ab 12? Ab 12, glaub ich. 22, Digga. Ich sag 22, no joke. Oh, Poggers. Sehr stark. Weiter geht's. Jasmin. 11.11.199. Ach, Jasmin. Ich hab absolut keine Ahnung, wie alt du sein könntest. Wenn du vom 11.11.199 bist, dann bist du jetzt aggressive 22. 21. Lady, hear me too. 21. Sie ist 21. Ja, gut. Es ist natürlich jetzt unangenehm. Alter. Kevins Lieblingsmod. Alter, Flash Sky News. Oh, Digga, so eine Haarpracht. Da würde ich gern meinen Gotteby reinschmieren. Eine M&Ms Uhr. Okay. Sehr, sehr heiß. Ich würde sagen, der Junge ist eine stabile 23. Ich hasse mein Leben. Äh, ich meinte, dass ich 17 bin. Ja, gut. Das sind, ich meine, das sind 6 Jahre. Im Endeffekt, Bro. Ist es jetzt auch nicht schlimm, ein bisschen älter auszusehen? Das sind die langen Haare und der Bart. Das ist natürlich jetzt... Ich würde ja trotzdem gern in die Haare... Betsy Blue. Hm. 22, Digga. Klares Ding. Ich bin süße 18. Hallöchen. Äh, immerhin über 18? Da passiert nichts, Chat. We safe. Feister Rino. Oh, Digga, das ist natürlich schwierig. Jetzt haben wir hier keine Haare. Jetzt haben wir hier keine Haare. Ah, ich sag 12. 19 und immer noch jung. Ja. Im Endeffekt, Bro. Ehhh, gut. Ja, vielleicht kannst du ja einfach hier dann... Schreib dem auf Twitter. Schreib Feister Rino auf Twitter, wenn ihr ihn... ...wollt oder so. Uiiiiiiiiiiii. Das könnte ein Bait sein. Das könnte ein Big Bubba Bait sein, Chat. Das könnte ein Big Big Bubba Bait sein. Oh, schwierig. Ganz schwierig. Es könnte jetzt sein, dass ich sage... Ui, guck mal, die ist ja so geil. Und dann ist die erst 14 oder so. Okay, ich hoffe einfach, dass sie über 18 ist. Ich sag 18. Ich bin 19 und revi... Ja, nee. Perfekt. Passt. Geile Nummer, wirklich. Danke dafür. Miri BVB. Fußball, so ist ein Leben. Der König. Boah, dicker. 17. 22. Alles klar, dicker. Warum seid ihr alles so alt? Warum seid ihr alles so alt? Und sieh doch diese Gottverdammte Scheiße hier rein. Ey! Ey! Warum? Warum? Och, nö! Och, nö! Och, nö! Nicht schon wieder. Dicker. Warum? 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 Ja, der Bro ist... Dicker, ich glaube, der ist 36, Alter. Links, links, rechts, 32. Hals, Maul! Hals, Maul, dicker! Hals, Maul! Oh, so eine geile Sau. Den werde ich aber gern vernaschen, den geilen Dieter. Ähm. Ja. Das ist natürlich jetzt... Das ist natürlich jetzt... Ähm. Wartet, Chat. Ich hab... Ach, dicker. Nee, komm. Komm, komm! Wartet! Es ist noch nicht vorbei. Jetzt. Jetzt haben wir es, alright? Schneiden wir raus, schneiden wir zusammen. Das hätte direkt gepasst. Ui! Manu Cabanu! Schwierig. Schwierig. Ich würde sagen, süße 23. 25. Ja, ich meine es ernst. Ah-ho! Ah-ho! Dicker, was soll die Scheiße denn, Mann? Hä? Dicker, Timbo, Bello, du wichst... Da gibt's einen Bann. Du bist doch mal Victor. Ah, warte mal. Achtung. Passt auf. Gefickt. Ähm. 16. Grüße von Adam. Ich bin 15. Äh. Oh, Adam. Tut mir leid, Dicker. Schön, dass du diesen Pulli anhast. Oh, shit, man. Ich würde sagen, 25. 14 zu schnell. Ach so, und 21. Ja, gut. Kann man jetzt nach dem... Also, kann... Also, kann man jetzt nicht... Kann man jetzt... Also, ich... Kann man jetzt nicht so gut erkennen. Also... Bin um die 10 Jahre alt. Meine Bewerbung. Digga, stabil. Sehr stabil. Das ist am Mediapark in Köln. Ich würde sagen, ne 19. Ne, 20. Sagen wir 20, Digga. Komm. Ich bin 21 Jahre alt. Cihan. Maschala, Digga. Safe. Safe 20. All right, Chat. Das war's von diesem wunderschönen Video. Lasst auf jeden Fall einen Daumen nach oben da. Und... Ja... Ähm... 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 Das war's von diesem wunderschönen Video.